so wir sind hier offizielles kurs preview von der ettlinger downhill strecke erste abfahrt grad willst du deinen sattel noch runter machen hat ich jetzt nicht vor der gang ich hoffe ich werde diesen ersten sprung verkacken das wäre auch geil ist denn überhaupt der erste auch keine ahnung erste abfahrt gespannt wie es ist zwischendurch bitte anhalten sehr ganz blauig hier im oberen bereich man rutscht halt die ganzen bisher war es nicht so geil also wir gehen schon krass ab wenn ihr mir natürlich die schicken leihen soll alles zugewachsen aber jetzt haben wir dafür diesen ja wir haben das ein neues fahren haben okay Wow, ist das eng. Junge, wie eng ist das? Junge, was ist hier los? Boah, geil, Alter. Ja, ach, dort ist es immer. Warte mal. Ah, nice, so ohne ein Anlieger, Alter. Ah, da rutscht irgendein Stein hinter mir. Oh, falsche Leine. Ich wollte eigentlich rechts fallen. Digga, wie eng ist das hier eigentlich? Schon minimal eng. Genau das gleiche bei mir. Guck, jetzt ist Staub in die Fresse, Alter. Oh, fuck. Alles okay? Digga, wie locker hier diese ganzen Steine sind. Das ist das Problem. Hier ist unser Kollege vorhin auf die Fresse geflogen. Jo. Hat sich gelegt. Stell, Alter, fahr los. Er ist mir gerade aufs Maul gelegt. Okay, ich kann verstehen, warum. Boah. Alter. Herrlich. Wunderbar. Boah, scheiße. Fast schon wieder über Lenker, Alter. Banyhop. Boah. 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 Junge 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 war das knapp Junge Junge Ja da will der jetzt hier tun Junge Achtung mach langsam da ist der Typ Anyways das gotta Funks Heritage Du geduldigst